Samuel Freiherr von Pufendorf war ein deutscher Naturrechtsphilosoph, Historiker sowie Natur- und Völkerrechtslehrer am Beginn des Zeitalters der Aufklärung, Leben. Samuel Pufendorf wurde als fünftes von acht Kindern des lutherischen Pfarrers Esaias Elias Pufendörfer und dessen Ehefrau Margarete, Tochter des Dieboldeswalder Tuchscherers Thomas Hickmann in Dorf Chemnitz geboren. Seine Brüder waren Jeremias Pufendorf und der Diplomat Esaias von Pufendorf. Seine Kinderjahre verbrachte Pufendorf in Flöa. Hier hatte sein Vater seit 1634 die Pfarrersstelle inne. Mit der finanziellen Unterstützung eines Freundes der Familie besuchte er, wie zuvor seine beiden älteren Brüder, ab 1645 die Fürstenschule Grimma. Ausbildungsschwerpunkte waren Grammatik, Logik, Rhetorik und Religion. Pufendorf widmete sich darüber hinaus dem Studium der griechischen und römischen Antike. 1650 schloss er die Schule als Primus des Jahres ab. Im selben Jahr nahm er auf Wunsch seines inzwischen verstorbenen Vaters an der Universität Leipzig ein Studium der Theologie auf. Nach kurzer Zeit wechselte er jedoch zur Rechtswissenschaft. Den Ausschlag dafür gab das starre Festhalten der Theologie-Professoren an den verbindlich fixierten Lehrmeinungen der Konkordienfummel. Im Gegensatz dazu war Pufendorf er den kritisch-konstruktiven Lehren von René Descartes und Galileo Galilei zugetan. Ergänzend nahm er das Studium der Naturphilosophie, Finanz-, Wirtschafts- und Verwaltungslehre sowie der Geschichte- und Staatswissenschaft auf. 1656 ging Pufendorf an die Universität Jena, wo er hauptsächlich durch Erhard Weigl beeinflusst wurde. In Jena widmete er sich u.a. den Werken von René Descartes, Hugo Grotius und Thomas Hobbes, die sein späteres Wirken beeinflussen sollten. 1658 beendete Pufendorf das Studium mit dem Titel des Magisters. Durch Vermittlung seines Bruders Esaias bekam Pufendorf eine Stelle als Hauslehrer beim schwedischen Gesandten Peter Julius Goyet in Kopenhagen. Er verließ Sachsen, das er nie wieder betrat. Bald nach der Ankunft in Kopenhagen geriet er im schwedisch-thänischen Krieg in achtmonatige Gefangenschaft. 1660 folgte er dem schwedischen Gesandten nach Den Haag, wo er seine Schriftgrundlagen einer allgemeinen Rechtslehre veröffentlichte. Einen Beitrag zur damals schwelenden naturrechtstheoretischen Diskussion. Pufendorf ging von einem rein weltlichen Rechtsgedanken aus und verstand das Naturrecht als Erfahrungswissenschaft. In den Niederlanden machte Pufendorf die Bekanntschaft von Baruch Spinoz. 1661 berief ihn der pfälzische Kurfürst Karl Ludwig nach Heidelberg, wo er in seiner ersten Professur am für ihn neu eingerichteten Lehrstuhl Natur- und Völkerrecht lehrte. Dort erregte er mit seiner scharfen Kritik an der Reichsverfassung den Unwillen seiner Kollegen und ging deshalb 1668 nach Lund in Schweden. 1672 erschien sein lateinisch verfasstes Hauptwerk De jure naturae Legentium Libri Octo, das 1711 in deutscher Übersetzung unter dem Titel Acht Bücher von Natur- und Völkerrecht veröffentlicht wurde. 1677 wechselte Pufendorf nach Stockholm, der schwedische König Karl XI. Er nannte ihn zum Hof Historiografen, zum Geheimen Rat und Staatssekretär. Der Lutheraner Pufendorf sprach sich für religiöse Toleranz sowie für die wissenschaftliche Trennung von Theologie und Philosophie aus, was ihm zunehmende Anfeindungen einbrachte. Obwohl der schwedische König Pufendorf gerne an seinem Hof gehalten hätte, wechselte er 1688 nach Berlin an den Brandenburgischen Hof, ebenfalls als Hofhistoriograf und Geheimer Rat. Dahinter stand neben materiellen Anreizen vor allem die Motivation, gegen das erstärkende Frankreich in den öffentlichen Diskurs einzugreifen. 1694 wurde er von Karl XI. von Schweden in den Freiherrenstand erhoben. Samuel von Pufendorf starb im Alter von 62 Jahren in Berlin und wurde nahe dem Altar der Nikolai-Kirche beigesetzt. Ein Großneffe von Samuel von Pufendorf ist der Jurist und Universalgelehrte Friedrich Esaios Pufendorf, wirken, mit seiner Rechtsauffassung eines säkularen Naturrechts und der Befürwortung eines einheitlichen Völkerrechts nahm Pufendorf maßgeblichen Einfluss auf die deutsche, aber auch europäische Rechts- und Staatsphilosophie im 18. und 19. Jahrhundert und wurde zu einem der Wegbereiter der Aufklärung. Jedoch stimmte für ihn das Naturrecht mit der christlichen Offenbarung überein, da beide ihren Ursprung in Gott haben. Unter kalvinistischen Herrschern bewährte sich Pufendorf als treuer Lutheraner. Er war noch kein Aufklärer. Sein Rationalismus bejahte eine praktische, von Erfahrung geleitete Sozialvernunft, die Unterbetonung der natürlichen Gleichheit der Menschen den Gedanken der Humanität und der Menschenrechte den Weg bereitete und für Toleranz plädierte. Das Naturrecht, das seinem Wesen nach inhaltlich unbestimmt ist, ist bei Pufendorf ähnlich wie bei seinem Zeitgenossen John Locke nur scheinbar säkularer Art, da es durch seine Gleichsetzung mit der christlichen Offenbarung durch die ethischen und rechtlichen Grundüberzeugungen der Bibel, wie sie vor allem im Dekalog und Jesu Liebesgebot zum Ausdruck kommen, inhaltlich definiert wird, Da seine Schriften zusammen mit denen Lockes in den englischen Kolonien Nordamerikas großes Gehör fanden, wurde Pufendorf zu einem der Vordenker der amerikanischen Revolution und der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten. Darüber hinaus leistete Pufendorf eine naturrechtliche Systematisierung der früh-neuzeitlichen Rechtsverhältnisse. Er leitete die Staatenbildung aus der natürlichen Geselligkeit und der Bedürftigkeit des Menschen ab, den Unterschied zwischen Recht und Unrecht zu erkennen. Damit setzte er sich in Widerspruch zur bisherigen Staatstheorie, die das Recht auf göttliche Gesetze zurückführte. Darüber hinaus führte Pufendorf den Begriff der Würde des Menschen ein, eine fundamental Norm, die später in zahlreichen Verfassungen eine zentrale Bedeutung erlangen sollte. Pufendorf hat den neuzeitlichen Autonomie-Gedanken u.a. mit Rekurs auf antikes Vorstellungsmaterial mit vorbereitet. Dabei vertiefte er das Naturverständnis der Antike in Richtung einer theistischen Letztbegründung. Die Selbstgesetzgebung der Freiheit findet dadurch zu ihrer humanen Form und kann sich als Actio Humana in die kreative Weltgestaltung einbringen. Pufendorf kann somit als Wegbereiter eines moralischen Idealismus im Stile Immanuel Kanz geltend der, angesichts des natürlichen Handlungsspielraums in der Welt vor der Frage nach Gott als Frage nach unverlierbarem Glück nicht zurückschreckt. Zu großer und schon zeitgenössischer Bekanntheit brachte es außerdem seine Charakterisierung der Verfassung des Heiligen Römischen Reichs als eines irregulären und einem Monstrum ähnlichen Körpers. Dieses Urteil, zu dem er in einer großen Studie über den Zustand des Reiches kommt, machte ihn rasch zum bedeutendsten, aber auch umstrittensten Denker der Reichspublizistik. Obgleich er seine Reichsverfassungsschrift zu Lebzeiten nur unter Pseudonym veröffentlicht hatte, zur Einschätzung der Reichsverfassung als irregulär und monströs gelangte er aufgrund der Erkenntnis, dass das Reich weder einer der aristotelischen Staatsformen zuzuordnen ist noch den Begrifflichkeiten der Souveränitätsthese gerecht wird. Obwohl sein Urteil infolgedessen gar nicht wertend verstanden werden muss, lieferte es bis in das 20. Jahrhundert hinein eine Grundlage dafür, das alte Reich etwa als Unstaat und als Hemmshow der deutschen Nation anzusehen. Im Eherecht wurde er über die Indii Urae Naturi Legentium Libri Octo ausformulierte und mit zahlreichen Beispielen belegte Theorie von der Ehe als Vertrag zwischen zwei bis zum Vertragsschluss mit gleichen Rechten ausgestatteten Individuen zu einem Wegbereiter der Gleichberechtigung. Viele spätere Naturrechtler wie Christian Thomasius, Christian Wolf und Karl Anton von Martini bauen mehr oder weniger deutlich auf den Gedanken Pufendorfs zum ehelichen Verhältnis der Geschlechter. Auf Werke Dei Urae Naturi Legentium Libri Octo, 1672 Deutsch, Acht Bücher vom Natur- und Völkerrechte mit des Johann Nicolai Hertie, Johann Barbeirecu, A. Hochgelehrten Männern außerlesenen A.N.M., E.L., U. in die Teutsche Sprache übers Knochen, Frankfurt A.M. 1711, U. R.N. N.B. N.B. N.D. H.B. Z. 061-1-5824 bei der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, De Officio Homeni Seikivis Praud I.P.S.I. Prescribuntur Lege Naturali, 1673, Deutsche Übersetzung, über die Pflicht des Menschen und des Bürgers nach dem Gesetz der Natur, herausgegeben und übersetzt von Klaus-Luig Insel Frankfurt 1994 ISBN 978-3458-166528, De Statu Imperii Germanici et Laelium Fratrem Dominum Trizolani Liberiunus, Genf 1667, Deutsche Übersetzung durch einen Liebhaber der Sachen, Deutsche Übersetzung von Harry Breslau, Verlag von L. Haimann, Berlin 1870, über die Verfassung des Deutschen Reiches bei Wikisource, Elementorum Iurisch Prodenciere Universalis Libri Duo, Jena 1660, Einleitung zu der Historie der vornehmsten Reiche und Staaten suiziger Zeit in Europa sich befinden, Frankfurt am Main 1684, Commentario rum die rebus sucesses ab Expeditione Gustav I. Adolfi in Germania am et abdicationem us Christine, 1686, über die Natur und Eigenschaft der christlichen Religion und Kirche in Aushang des bürgerlichen Lebens und Staats, 1687, Einleitung zur Sitten- und Stetslehre, Übersetzt durch Immanuel Weber, Gleditsch Leipzig 1691, De Cetilizei und Volltext im Deutschen Textarchiv, Derebus gestis Friederici Wilhelmi Magni Electoris Brandenburgici Commentariorum Libri Noven de Quim, Postum 1695, Derebus a carologus tavo suicierige Gestis Commentariorum, Nürnberg 1696, Sieben Bücher von denen taten Karl Gustavs Königs in Schweden, mit vortrefflichen Kopfern ausgeziert und mit nötigen Registern versehen, Riegel Nürnberg Postum 1697, Schwedisch und deutsche Kriegsgeschichte von König Gustav Adolfs Feldzuge in Deutschland an, bis zur Abdankung der Königin Christina, darin zugleich beschrieben wird, was die Grundschweden selbige Zeit über mit anderen Staaten von Europa zu tun gehabt, nebst dem osnabrügischen und münsterischen Friedensschlusse, wie auch einem doppelten Register der Sachen und Namen tapferer Leute und Familien, so in dieser Historie vorkommen, Band 1, Pufendorf Traditions Pflege in Grimma, der Augustiner Verein, der Förderverein für das Gymnasium Sankt Augustin in Grimma, verleiht zu Ehren des einstigen Schülers der Fürstenschule Grimma und im direkten Zusammenhang mit seinen Vereinszielen jährlich den, Samuel von Pufendorf Preis.